Da ist ne Holztür. Also von hier bin ich gekommen. Da ist übrigens ne Truhe. Ah, bin ich blöd. So ein Fallenauslöser dran. Hinterhältiges Pack. Auf die Truhe. Raus mit dem Gold. Gut. Feuersturm. Könnt ihr behalten. Ich bin nicht sicher. Ich glaube ich bin hier falsch. Aber ich weiß es auch nicht. Wenn wir schon mal hier sind. Laterne? Ne. So, ich dachte es ist ein Buch. Hier nur eine Laterne. Hier mit meiner Laterne. Erstbeitrauben. Die sind recht selten. Habe ich mir sagen lassen. Vergoldete Elferrüstung. Gesegneter Jagdbogen. Heilung? Okay. Heilung lasse ich mir einreden. Das Dornenherz. Außer Feuersalz und nix dabei. Da geht's wieder raus? Oder wie? Ja. Ah. Was heißt, wir müssen mal hier lang ziehen. Vielleicht kommen wir hier auf einen grünen Zweig. Wahrscheinlich nicht. Ups. Ah. Oh, da. Kita. Wie findest du denn? Ah. Ah. Also. Au. Aufs Maul. Ah. Dietrich. Erstens kriege ich meinen Dietrich zurück. Was ist denn das? Ich will nämlich meinen Kerzenschein hier nicht aktivieren. Die sind ja zu zweit. Hast du sie? Also. Da geht's nochmal runter. Ah. Dann machen wir auch auf. Gibt fette Punkte. Und zwar Erfahrungspunkte. Da hat man wie rein. Rein. Geh. Macht. Rein? Ne, das ist kein rein. Das ist ne Urne. Naja. Wenn ich will. Dann hat er schon. Okay. 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 Hier vielleicht. Sackgasse. Ziegenschädel. Er meint. Ich soll hier rausgehen. Naja. Dann gehen wir halt. Ich tue ja, was man mir sagt. Ich sagte, ich soll wieder reingehen. Das war wohl für den anderen Quest. Naja. Ich meine, ich kann jetzt nicht. Ich kann nur den einen aktivieren. Ist der? Ich kann nicht irgendwas abschalten. Entweder alle oder keinen. Heiliger Klappbautermann. Was ist der da? Das ist, glaube ich, ganz was anderes. Wo zeigt der hin? Wahrscheinlich da. Ach, Mortal. Ist der Pfeil. Für den muss ich da rein. Ja. War wohl so. Es hat nur herausgezeigt hier da, weil... Weil die anderen Quests draußen sind und es alle drei gleichzeitig... Ich verstehe schon. Trotzdem ist es verwirrend. Kann man nicht anders sagen. Da ich sie nicht deaktivieren kann. Aber gut. Das ist schon ein Schlimmeres. Da geht's wieder raus, ja. Wer war rein? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was ist das nach draußen? Also wenn der nach draußen ist, dann kann es nur noch der da sein. Der jetzt zentriert ist hier. Oh, der führt mich wieder da runter. Ja. Der ist es auch nicht. Welcher ist es dann? Ich habe ja nur noch zwei da. Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es nicht mehr. Da ist übrigens eine Truhe, die ich übersehen habe. Weil ich zu faul bin, meinen Kerzenschein Zauber zu aktivieren. Da bin ich aber ungeduldig. Sehr ungeduldig. Und diese Ungeduld hat mich zwei Dietriche gekostet. Ich werde es überleben. Dann schauen wir mal auf die lokale Karte. Himmelsrand. 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 Hä? Also ich soll da raus. Sagt er. Denn da ist der Knauf. Da sind die Bruchstücke. Also wie da raus jetzt. Okay. Okay. Zum dritten Mal. Äh. Dann gehen wir da rauf. Die haben wir schon durchsucht. Meine Nerven. Da ist ein Eingang. Was ist aber da? Hexenkräden, Felsen? Wir wollen den Rabendings, Felsen. Da waren wir schon unten. Und hier. Die hat er vielleicht. Guten Krain. Wir könnten natürlich zuerst die anderen alle erledigen. Dann sind die Pfeile weg und dann wird es einfacher. Was ist denn das? Irgendwas komisches. Was ist denn da? Was ist denn da? Da war man jedenfalls noch nicht. Gold steht fest. Burnen. Wacklose Granatsteine. Starke Magiker. Das lobe ich mir. Das Magiker. Daneben. Oh. Ah, see. Stimmt schon. Oh Gott. Oh Gott. Das war knapp. Mein Ziel. Verbessern muss man. Der Trollala hier. Oh, ich höre einen Schnaufen. Das kann nur ein Hexenrabe sein. Die schnaufen immer so. Wahrscheinlich belegte Bronchien. Würde mich nicht wundern. Die wohnen immer in so feuchten Grotten. Da holst du dir was. In der Lunge. Ah, das Schnaufen kam das von oben. Das kam von hier. Aber da kann ich nicht durch. Was ist er? Oh Gott. Das sieht so aus wie ein... ...ne Falle. Kann sie nicht nehmen. Die tut mir aber auch nichts. Engartig. Oh. Schön verwehrend hier. Komfort, das brauche ich noch für einen anderen Quest. Diesen Toten und Krähen-Dingsbombs. Oh, da haben wir es. Ich wusste es ja. Das ist so ein... ... ... ... ... ... ein Spiel beim Bankett. 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 Das haben wir schon mal gelesen, glaube ich. Also gelesen, nicht aufgeschlagen. Ich lese ja diesen ganzen Schund nicht hier. Da schauen wir auch noch rein. Eben erzählen. Ich glaube, den Gewicht in Wilkas. Äh, Farkas. Malette von Mara. Ja, wenn's gratis ist. Was hat er jetzt für einen Helm auf? Braucht ihr noch etwas? Wir haben angehalten. Was ist los? Was braucht ihr? Ich will euch einen Helm aufsetzen. Her mit dem Stahlhelm. So, dann kriegst du den da. Uh! Heilige Scheiße. Sieht ja wüst aus. Nach euch. So, den Helm. Gebe ich in die Truhe. Ja, sehr ordentlich. Ich will auch nicht, dass mein Safe-File zugemüllt wird mit sowas. Man sieht, ich habe das Ganze auf der Konsole gespielt. Da ist es wichtig, darauf zu achten, dass man keine Gegenstände rumliegen lässt, weil sonst das Safe-File zu groß wird. Traurig, aber wahr. Äh, da ist irgendwas aufgegangen. Das da? Ich kann mich nicht erinnern, was aufgegangen ist. Sorry. Moment, da ist der Hebel und wir haben's gesehen. Das heißt, es muss da gewesen sein. Da drinnen schwere ich das Schnaufen von dem Hexenraben. Gleich hat er ausgeschnauft. Für immer. Oder auch nicht. Nee. Da geht's raus nach Himmelsrand. Sind wir jetzt von da unten gekommen? Ich habe keinen Überblick mehr. Ich habe den Überblick schon lange verloren. Himmelsrand. Da kommt aber das Schnaufen her. Moment. Sind wir von hier gekommen? Von wo sind wir gekommen? Um Gottes Willen. Da? Ja, von da unten. Verstehe. Das heißt... Können da und da lang gehen. Ich muss mich aber jetzt entscheiden. Ich entscheide mich für hier. Ich bin klar, dass Schnaufen herkommt. Da sind wir da. Da schnauft aber nix. Ah ja, doch. Da müssen wir hin. Wie heißt die? Draskoar. Aus Draskoar. Aus Draskoar. Haarlösen-Schei. Da hat sie ausgeschnauft, muss ich ja. Oh. Weg da. War auch noch. Die Truhe. Stahlplattenstiefen der Blitzunterdrückung. Wow. Muss ich schauen. Das kenne ich ja schon. Muss ich schauen, ob das besser ist wie meine Stiefel. Kann leicht sein. Blitzresistent 40. Blitzresistent 50. Nur ist das schwere Rüstung. Das ist das Problem. Ich will eigentlich keine schwere Rüstung tragen. Weil die ist wiegt schon einiges. Ich kann es natürlich ihm geben. Was hast du an? Muss ich mal schauen. Wir haben angehalten. Was ist... Was braucht ihr? Hat er Stiefel? Nein, nicht im Inventar. Das heißt... Hat die Default-Stiefel an. Bin mir nicht sicher, ob er sie angezogen hat. Ich hätte runterschauen sollen. Beim Geben. Ich nehme mal die ganzen Dinger hier. Wozu, frage ich mich. Zwar, aber... Verschlüssel. Ah! So ein Stein. Ein Stein der Weißen. Zu dem komme ich nicht scheiß drauf. So. Ah, es will mich schon.